Es wurde Zeit, dass ich mich mal wieder im Botanischen umschaue. Im Botanischen, das ist der Botanische Garten der Technischen Universität Braunschweig. Herrlich gelegen, direkt an der Ober, unserem örtlichen Flüsschen. Hier genau befinde ich mich im Bauerngarten. Das ist ein erster Anlaufpunkt. Es lohnt sich immer. Da gibt es viel, viel, viel zu entdecken. Und ganz nebenbei lernt man auch noch eine Menge über Pflanzen. Und natürlich die Welt und das Leben der Insekten. Ohne die gäbe es die Pflanzen nämlich gar nicht. Bäume sind ein weiterer Themenschwerpunkt im Botanischen. Hier die geheimnisvolle Sünkelbuche und natürlich die riesige uralte Blutbuche. Die genießt gerade eine Reha. An heißen Sommertagen besonders beliebt. Der Weg unten an der Oker entlang und das Schattenreich der Farne mit dem kleinen Wasserfall. Der Weg unten an der Oker entlang und das Schattenreich der Farne mit dem Wasserfall. Der Weg unten an der Oker entlang. Der Weg unten an der Oker entlang.